Ich bin damals 1994 einem Zauberclub beigetreten. Ja, da war ich wirklich sprachlos, fasziniert. Für die Zauberei interessiert habe ich mich schon als siebenjähriges Kind. Ich war dann in mehreren Zauberclubs in Mailand, in Graz und auch in Wien und das hat mich nicht nur losgelassen. Letztendlich ist es die Summe von vielen, vielen Details. Die Nähe zum Publikum, die Interaktion, die Freude, der Spaß. Genau das ist das, was die Zauberkunst ausmacht. Es ist einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag leisten zu einem gelungenen Fest.